Musik Da sind wir wieder. Zurück aus Barcelona. Jetzt geht es gleich aus nach Barcelona. Geilste Idee ever von der Dame dahinten. Jetzt müssen wir nur noch was zu frühstücken können, weil sonst ist direkt alles am Arsch. Mein Name. All right. Ja. Ja, es ist Cake and Brunch sind wir gerade. Und selbst der Schneider hat alles aufgegessen. Ja. 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 Herzlich Willkommen am Gate, R12, Airport Barcelona, es geht zurück nach Hause. Da sind wir wieder, zurück aus Barcelona, in Barcelona, ihr müsst das mit sagen, 1,2,3 und ein Sprung. Was willst du denn jetzt? 8, 9, 30, 40 und 41. Kleines Blockbuch, Teil 1. Dering hat es den Berg aufgeschafft. Letzte 2 Meter, sogar mit dem Fahrradweg, weil die Kamera läuft. Ah, ein Klacks hier oben! Mit meiner sportlichen Begabung, die ich innehabe, bin ich hier allen weit voraus schon oben angekommen. Das war das letzte, ne? Meine Tochter. Hey! Die hast du überhaupt nicht drauf, ne? Die ist so abgekackt hier beim Weg hoch. Ich meine, man nennt mich ja auch den roten Blitz. Herr Müncher, Sie kommen mir gefühlt sehr nah, muss ich sagen. Allgekifft. Hier riecht es nur nach einem riesen Joint. Völlig geil. Und ich habe aufgehört zu rauchen. Na toll! Auf Sendung! Hallo, Test! Klick, klick, klick! Check! Zurück von einem geilen Trip! Bommeln-schläger! Bommeln schläger! Hi! Woihi! Gol médi! BRAD Bis zum nächsten Mal.